Ja, und ich bin's wieder. Kei Zunai Haram, hier mit meinem Let's Play von Shenmue. Jedenfalls hoffe ich, dass Dings gerade läuft, oder? Ja, müsste laufen. Gut. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob die Dings-Aufnahme, meine Voice-Aufnahme hat, läuft, weil irgendwie, keine Ahnung. Ich bin gerade durcheinander. Ich bin gerade durcheinander. Ich bin auch hungrig und bla. Und ich bin auch ein bisschen gespannt auf den nächsten Arbeitstag. Ah. Ach. Lol. Er steigt auch in den Bus? Er will auch in den Bus! Das ist lol. Ah, wurde mir nicht mal angezeigt. Sehr nett. Naja. Dann ab nach Hause. Den Fortschritt abspeichern. Oh, ich steig mal aus dem hinteren Ausgang aus. Ich hab so irgendwie den Eindruck, dass er das sonst nicht macht. Ich verwechsel immer die Knöpfe! Hi Weihnachtsmann, was geht? Sieht gut aus. Wieso mache ich es mir eigentlich so schwer? Ich kann auch den Weg entlang passeln. Hier ist ja auch ein... Hier kann man ja auch zu Dings gelangen. Ich mach's mir auch so unnötig kompliziert. Das ist doch Wahnsinn! Das ist doch purer Wettnis! Ich hab immer noch Hunger. Ach, hier! Hier muss ich ja dann abbiegen. Stimmt, aber ja was! Na gut. Dann! Ist die Katze da? Katze? Bist du da? Die Katze ist weg. What's going on? Und sogar der Karton ist weg. What's going on? Jetzt hab ich Angst. Aber Katze... Es hat mir den Feierabend noch schöner gemacht! Oh ja. Na dann! Wir sind ja jetzt zu Hause. Ab ins Bett, den Tag ausklingen lassen und gespannt auf den ersten Arbeitstag sein. Na reo! Das war ja schon eine aufregende Sache hier. Von wegen mit... Gabelstapler fahren. Und schlafen. Und schlafen. Und ich gehe automatisch dahin. Und das ist sehr gut. So, Mark wollte ja was von mir. Mit cooler Mucke. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Also, was geht denn hier ab? Das ist gut. Oh ja. Interessant! Wir machen einfach mal hier ein Rennen draus. Okay, das habe ich schon verkackt. Ist ja wie bei GTA. Ähm, nee, nicht GTA. Gran Turismo. Oh Gott, wo muss ich denn? Achtung! Okay, merken. Vom Gas gehen, wenn ich lenken muss. Wenn ich abbieten muss. Genau. Das werde ich nicht gewinnen, aber scheiß drauf. Das ist auch mal was. Ups. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, das ist mir sogar hier markiert. Sehr schön. Ich bin so dumm. Na ja. Könnte besser sein. Ich weiß. Ich weiß. Aber, ja. Wenn man einfach mal hier mitten in ein Rennen geworfen wird, wer kann mir verübeln, dass ich da direkt... bis ich das hier verkacke, bla. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mich umrunden. Aber auch coole Sache, wie sie sich aufwärmen für die Arbeit. Ich glaube, das habe ich sogar schon gesagt. Aber... Oh, wirklich? Oh, wirklich? die umrunden mich gleich. Scheiße. Well, besser als die erste Runde. Für mich zumindest. Ami, guckt euch die Zeit an. Und dann noch mit cooler Mucke. Ah, das ist Gran Turismo Feeling. Mit dem Racer bin ich aufgewachsen. Also, meh. So, und vom Gas. Und nochmal vom Gas. Jesus! Na ja. Okay. Danke. Na ja. Wir rechnen auch mit nem Rennen. Hier. Na gut. Na gut. Dann mal ab an die Arbeit. Dann Dann würde ich mal sagen schnappen wir uns zuerst diesen da. So. Nummer 18 sagt er ja. Ah ja. Here we go. Okay. Los geht's. Kann ich jetzt Ähm. Ja. Hier entlang. Sorry Katze, Katze. Mal bitte zur Seite. Dankeschön. Ach, hier ist es doch. Ups. Und weiter geht's. Das war der erste Streich. Hm. So, am besten ein bisschen gerader. Ah, passt. Einfach nur jetzt aufpassen. Ah, ich... Mit dem Rückwärtssteuern klappt das noch nicht so ganz. Aber gut. Aber ich kenne jetzt die Route. Das ist also kein Problem mehr. Ähm. Ähm... Okay. Es soll mir jetzt mehr darum gehen, dass hier Dings sie überhaupt an der Position stehen, wo sie sein sollen. Wuhu! Okay. 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 I've got to hang on it. Hoff ich doch. Das sieht scheiße aus, aber gut. Naja. Naja. Den Feinschliff kann ich ja machen, wenn erstmal alle drüben sind. Sag ich mir jetzt einfach mal als Ziel. Oh, bitte nicht. Nicht sowas. Okay. Weiter geht's. Lala. Okay, das kann ich zumindest hier abstellen. Hobe ich doch mal. Noch ein bisschen. Na, immerhin. Immerhin eines, was an der Linie ist. So. Hm, ich nehme mal dich zuerst. Ah, danke, dass du aus dem Weg gehst. Das erleichtert mir die Arbeit. Hm. Ich stelle dich dann mal hier ab. Noch ein bisschen weiter. Vielleicht. Okay. Dann soll's so sein. Okay. Ja, die Kunst jetzt daraus zu parken. Immerhin. so. Willst du mich? Ich wollte gerade sagen. Nehmen wir ihn auf. Ups. Da fahre ich schon falsch. Das ist doch Wahnsinn. Nein, ich schaff's noch das zur ins zu packen. Oh. Lunchtime, eh? Lunchtime! Na ja, malhin. Mal sehen, wie die Pause abläuft. Hey! Hey! Oh, Mann, ey. Nervensägen. Willst du mich? Okay. Meine Fresse, ey! Wie schön für dich. Und jetzt verzieh dich. Beste Mann in Ruhe. So, Master Chen and the Mad Angels are rivals. Where are the Mad Angels? Well. Na gut. Na gut, dann... Noch hab ich Pause, oder wie? Weil sonst würde ich gerne mit dem Arbeiten weitermachen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020